Tägliche Andachten von Derek Prince. Gelesen von Daniel Tracy. 24. Oktober. Drei Phasen der Auferstehung. Wenn wir uns nun 1. Korinther 15 zuwenden, finden wir dort einen noch ausführlicheren und detaillierteren Bericht über die Auferstehung. 25. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden, ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft, danach das Ende, wenn er, Christus, das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. 1. Korinther 15, 22-24 Beachten Sie die Formulierung, ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Das Wort, das hier übersetzt Ordnung bedeutet, wird auch verwendet, um einen Soldatenrang zu beschreiben. So stellt Paulus hier die Auferstehung in drei aufeinanderfolgenden Phasen dar, wie drei Ränge von Soldaten, die nacheinander vorbeimarschieren. Die erste Phase besteht aus Christus selbst, Christus, der Erstling. Die zweite Phase besteht aus allen wahren Gläubigen, wenn Christus wiederkommt, die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Dies entspricht der Auferstehung der Gerechten, die in Daniel und von Christus selbst vorhergesagt wird. Die dritte Phase wird das Ende genannt. Das heißt, das Ende der tausendjährigen irdischen Herrschaft Christi, an deren Ende er Gott, dem Vater, das Reich übergeben wird. Von denen, die in dieser Phase auferstehen, werden die meisten, aber nicht alle, zur Auferstehung der Bösen gehören, wie sie in Daniel und von Christus vorausgesagt wurde. Über diese dritte Phase sagt Paulus hier im ersten Korintherbrief nichts weiter. Wir werden jedoch zur gegebenen Zeit sehen, dass in Offenbarung 20 weitere Einzelheiten dazu zu finden sind. In den kommenden Tagen werden wir genauer untersuchen, was Paulus über die ersten beiden Phasen sagt. Sie können mir gerne das folgende Gebet nachsprechen. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir, dass du in deinem Wort so ausführlich und detailliert beschreibst, wie die letzten Phase unserer Existenz hier auf der Erde verlaufen wird. Ich bitte dich, Herr, dass ich zu dieser Zeit bereit sein werde, dir, meinem Herrn und Erlöser, in der Höhe zu begegnen. Amen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020